hallo ihr lieben heute schreit die gartenarbeit und außerdem habe ich post gekriegt schon unkenntlich gemacht das werden wir gleich gemeinsam öffnen so das ganze mache ich im stehen denn es ist eisig es ist kalt es ist da drauf möchte ich natürlich nicht sitzen und gleich einen nassen pop ist ok seid ihr gespannt was da drin ist ich weiß natürlich was drin ist denn ich habe etwas gewonnen es ist so schönes wetter das mache ich mal auf da unten entdecke ich gerade was das pute ich mal erst raus was haben wir denn da cool sehr cool das habe ich nicht erwartet ist ein kleiner bonus sehr cool freue ich mich das ist eine vitalsalat samen mischung bin gespannt findet den richtigen auf jeden fall ich freue mich cool dass ich die mal da drin wegen feuchtigkeit und so der wurde nicht so ganz hier steht noch was kann man auch verraten wer das ist frohe weihnachten wünscht der haushof hühnerstall freue ich mich sehr drüber ich weiß jetzt sein vornamen nicht marcos marco marco das sieht aus wie marco auf den kanal bin ich ganz frisch gestoßen und habe auch erste folgen gesehen aber mit vornamen kenne ich ihn jetzt noch nicht macht aber sehr sympathischen eindruck kann ich euch empfehlen werde ich euch mal oben rechts verlinken so ich mache das ganze mal auf über kopf ist das so eine sache ich muss mich immer ein bisschen besser für den rücken ok das mal auf oh cool werden sie zum bienenretter das beigelegte tütchen enthält die saad von fast 30 blumen sorten die gerne von bienen angeflogen werden aussaat april bis august breitwürfig im freiland sonniger standort während der keimung feucht halten supergeil also hier toll also ich freue mich ich mag so kleine überraschungen sind sowieso immer der oberhammer und davon wusste ich natürlich auch nichts hier das ist ganz viel liebe reingesteckt vielen dank an dich und jetzt kommt der eigentliche gewinnen habe ich dann die folie hin das papier ist mir das weg geflogen wird es hier runtergepackt das habe ich ja mal angestellt ist das da na gut das werde ich gleich auf dem video sehen aber ich bin dann einfach nur zu doof und habe das vielleicht habe ich das in meine tasche oder meinen rucksack gepackt ach keine ahnung ist wahrscheinlich weg geflogen finde ich gleich wieder da ist er wieder der k.o. glas so und hier habe ich eine geschichte gekriegt zu einem thema was normal nicht so meins ist aber aufgrund dessen wie sich dieses jahr so einige sachen entwickelt haben möchte ich das auf jeden fall ausprobieren testen und gucken ob das für mich ist vorher werde ich das gar nicht beurteilen können hat alles vor und nachteile was ist das ganze ich kann das mal zeigen sehen viel größer aus als ich mir vorgestellt habe ich mache das auch mal auf gleich ein unboxing ich habe ein unboxing in meine reihe eigentlich nicht so das was ich geplant habe aber bei dieser geschichte ersten kann es wahrscheinlich erraten und sehen das ist was ganz toll ist ich lasse die andere mal drauf zum schutze das sind led lampen für das hochziehen von jungpflanzen also drei stück hat eine bestimmte art von power ich kann euch jetzt gar nichts über die daten sagen dass so ein netzteil dabei drei lampen usb an und ausschalter oder da gibt es noch mehr drauf okay stimmt er hatte das ja auch vorgestellt hier das sind die lampen so toll sieht es aus kann man wie gesagt alles verbiegen wie man das möchte ich habe schon gesehen vom gewicht her ist es aber so dass man die über kopf aufhängen soll ja und dann gibt es noch verschiedene varianten habe ich hier was habe ich hier von dna zack ob ich habe ein zu hoch gedrückt und immer so erschlagen von diesem blau da sieht super geil aus wird sich sieht aus als hätte ich fluss in farbe auf meinem bild dabei ist das nicht so da sieht man es auch ach sieht man nicht ja und dann hier so eine wechselfarbe auf jeden fall und dann kann man hier noch nicht schon wieder zu weit kann das auch so machen so wieder und dann hat man auch die möglichkeit hier so ein timer einzustellen und so ja ihr seht das selber den rest muss ich aus der bedienungsanleitung fischen aber ich finde das voll toll sogar so als dekoratives licht hätte das auch schon was auch wenn ich so ein spielkram in der wohnung eigentlich gar nicht will das sieht aber geil aus schöner leuchteffekt man sehen wie das mit blau aussieht hat auch was vor allen dingen die farben gehen also ab also das durch die kamera sieht anders aus als in echt geradezu dieser leuchtende teil da oben wird sich egal zurück im garten ja ich freue mich vielen vielen dank ich finde das sowieso immer toll wenn man über so ein video bei youtube die möglichkeit hat irgendwie was zu gewinnen und gerade in der jetzigen zeit für den ein oder anderen mehr gibt ja auch die garten youtuber adventskalender geschichte oder das wichteln geht es auch um geschenke auspacken und geschenke und verlosen und gewinnspiel ich freue mich auf jeden fall supergeil ich muss das hier einmal wieder rein kriegen und das werde ich auch wieder schützen ja aber deswegen sind wir heute nicht hier es geht natürlich weiter das werde ich gleich in ruhe wieder einpacken gut das war jetzt mal ein unboxing ich werde das ganze testen ich bin total begeistert auch weil im moment ganz viel richtung tomatenaussaat durch meinen kopf geht ich plane da schon ein bisschen vor wie ich da vorgehen möchte die sache werde ich nutzen ein bisschen früher anzufangen ihr kennt das ja bei dem einen oder anderen garten youtuber befindet sich sowas auch zu hause und die ziehen schon fleißig und recht früh dann vor dann gibt es andere die machen das ganz locker märz irgendwann und ja ich werde es einfach mal ausprobieren und gucken so vor nachteile ich denke natürlich auch an strom ich bin natürlich nicht so ein fan davon extra energie aufzuwenden für ja für meinen anbau muss aber nachher dann auch ein bisschen abwägen wie das was was verbraucht das ding wirklich an strom ist led led was ich mittlerweile nicht so ein stromfresser oder led ist generell kein stromfresser und ja aber im vergleich dazu die ganze aufwand energie aufwand für tomaten die stattdessen aus dem supermarkt kaufe ich werde wahrscheinlich noch andere sachen ausprobieren mal gucken wird sich dann alles richtung wird sich dann alles im nächsten jahr zeigen ich habe viel zu viel palabert und jetzt sind die gartenarbeiten dran da werde ich jetzt gas geben bzw gemütlich gas geben rombären beete vorbereiten ich will euch ein bisschen was erzählen ich habe ja generell schon ein bisschen was durchblicken lassen und gerade in meiner letzten folge oder in den folgen davor was ich alles so tut hat sie da draußen langeweile haben solltet selbst jetzt noch jetzt vorbei zum glück nicht so laut er wird lauter lassen wir ihn mal ziehen wo war ich stehen geblieben ja es geht um gartenvorbereitung und wir die zeit jetzt im winter noch nutzen kann ich kümmere mich nach und nach um die beete klar das ist natürlich überall nicht nicht mehr überall möglich wegen bodenfrost ich habe hier noch glück ich kann noch agieren hier im norden deutschlands ganz oben im norden also alles unterhalb hamburg ist ja so ein bisschen schon schon fast bayern ja ich darf das sagen weil ich bin halb nordfries und halb bayer aber es ist wirklich so gefühlt wenn man hier ganz oben wohnt dann ist das irgendwie alles süden also wenn man natürlich verreist dann muss man geht es immer richtung süden bis halt so ok laba rhabar ich werde jetzt loslegen und ich zeige euch mal was ich jetzt noch gestern gemacht hatte ich habe jetzt nämlich um das pavillon gekümmert ich packe jetzt ein und melde mich vom pavillon aus so wie ihr sehen könnt hier ist das definitiv vom rehr freier ich hatte auch hier vom hochbeet doch ein haufen liegen habe ich euch auch gezeigt und ja ich will wieder zusehen dass das hier weiter frei wird und zwar ich habe euch ja mal vorher nachher bilder und so gezeigt letztes mal in der folge wer das verpasst hat ich verlinke euch das mal oben rechts so ich muss jetzt erstmal scharf stellen ok warum auch immer vielleicht kann mir einer von euch da draußen helfen mit diesem problem ja autofokus und so das funktioniert nicht mehr er stellt einfach mittendrin um da könnt ihr das sehen ich darf schon wieder scharf stellen komme ich nicht so ganz mit zurecht mittlerweile das versaut mir auch ein bisschen hier die videoschneiderei wie ihr sehen könnt schon wieder unscharf was soll ich machen dann müssen wir jetzt mit leben denn geld jetzt für eine kamera oder so ist nicht da ich bleib beim handy und dann ist das jetzt halt so nix wer weiß vielleicht gibt es dafür noch eine lösung ok ich habe hier vom nachbargrundstück da sieht das sehr wild aus und hier gibt es richtig viele brombeeren die auch zu mir rüber wachsen muss das auf jeden fall brombeer freier werden und ich habe mich hier schon vorgeschnitten zauern soll ja auch irgendwann mal schier sein das ist hat aber jetzt keine priorität also ich meine jetzt neuen zauern hier hinzustellen ich habe ein bisschen was vorgedanklich von anderen seite ist nach hier ist auch alles frei jetzt also klar da hängt noch was aber das ist im vergleich zu vorher echt deutlich weniger ja das muss weg und von dieser seite habe ich auch schon einiges weggeschnitten da hinten hinter der hängematte ganz gerade durch da unter da landet das alles hier habe ich auch schon den nächsten schnitt und bei der geschichte werde ich jetzt weiter aufräumen die 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 Musik Musik Handy Ich kann das jetzt schön sehen. Da ist nichts mehr dran. Ich habe überall nur den letzten Rest übrig gelassen. So ersichtlich, dass ich das dann nachher ausbuddeln kann. Johannesbeerstrauch, da hängt auch nichts mehr. Außer die Ackerwindelreste. Das werde ich da auch nochmal rauspulen. Ist jetzt aber nicht dran. Hier ist das deutlich freier, wie ihr sehen könnt. Und auch schon verfolgen konntet natürlich. Also Zaun. Von da drüben kommt noch ziemlich viel. Hier auch alles noch. Brombeeren. Juhu. Geht so. Aber alles soweit frei jetzt. So frei sieht das jetzt aus. Ja. Hier habe ich ja noch einen Wall. Den möchte ich ein bisschen mehr nutzen. Und dafür ist gedacht oder angedacht, das halt von diesem ganzen Müll hier noch zu befreien. Und dass ich dann quasi den Platz hier links neben der Treppe bis zum Zaun irgendwie nutze. Das bedeutet, da gibt es noch jede Menge wegzuschaffen, zu entrümpeln. Ich hätte an dieser Stelle nämlich sehr, sehr gerne mein Geräteschoben. Ich habe ja Teile gekriegt. Habe das in vergangenen Videos gesehen, was er zu mir gefunden hat. Und ja, so denke ich mir, dass hier ist das sehr geeignet. Weil es ist halt ein eckiger Klotz. Der muss jetzt nicht mitten im Garten stehen, finde ich. Und nimmt ja auch Sonne weg. Okay. Hier soweit zufrieden. Ich kann noch mal reingucken hier. Fehlt eine Scheibe. Die steht da unten. Ja. Und auch von dieser Seite hier ist echt alles frei. Also ich bin echt happy. Gut. Braunbeeren sind erledigt. Für mich geht es jetzt weiter. Ach, schön. Weiter nicht in Sachen Keyhole, nicht in Sachen Hochbeet, aber Beetvorbereitung. Ich habe ja jetzt, damit ich euch mal einen Überblick verschaffen kann, auch für die Neuen unter euch, die es noch nicht so mitgekriegt haben. Ich habe hier... Fangen wir mal vom Eingang des Gartens an. Hier vorne rechts und links hatte ich ja in diesem Jahr Sonnenblumen. Das möchte ich auch so beibehalten. Die zwei Beete werden eigentlich nur vorbereitet. Vielleicht wird das noch ein bisschen vergrößert nach außen. Ich brauche diese ganzen Laufwege nicht. Habe ich mir generell vorgenommen, dass jede Menge Wege verschwinden. Ihr seht das. Hier ist einmal drum herum. Habe ich den genutzt? Nicht wirklich. Und ich möchte lieber, dass hier ein größeres Feld entsteht an Sonnenblumen. Dann gehen wir mal weiter. Hier vorne. Beetvorbereitung. In dem Bereich, wo die Kartoffeln waren. Hier lagere ich gerade Sachen zwischen. Der Weg hier kommt ja auch weg. Die Grassonen werde ich wohl benutzen, um das Ding hier hochzubauen. Und ja, hier will ich den ganzen Acker beflügen. Da soll ich auch mit dem Sven bei. Wir hatten ja Kartoffeln in diesem Jahr. Und das finden wir toll. Das wollen wir wieder machen. Und hier Richtung Zaun soll das dann auch mehr Platz kriegen. Also das Beet hier. Mal gucken, wie sich das alles hier noch verändert. Ich habe Ideen. Also verändert in Sachen, wie die Beetgestaltung hier dann ausfließt, sag ich mal. Ich wollte hier eigentlich auch noch den Platz nutzen für das Beet hier rechts. Mal gucken, wie es nachher dann wird. Also das entsteht Step by Step. Dann hier ist ja noch das Beet. Da war ja vorher Knoblauch und eine Erdbeere ist da noch drin. Da, die wird noch gerettet. Dann haben wir hier nebenbei das Keyhole Beet. Das wird auch weiter befüllt. Das läuft auf jeden Fall. Zur Vorbereitung hier hinten. Ich muss euch das mal von der anderen Seite zeigen für die Neuen unter euch. Ja, also das hier vorne hatte ich abgebacken. Hier kann man schon besser erkennen. Hier habe ich umgegraben. Na, wo trete ich hier drauf? Auf ein Stück Holz. Ja, hier vorne Tortenbeet. Da habe ich in der Mitte nur Mulchmaterial gesammelt. Ich will hier auf jeden Fall noch Quäke raussammeln. Da bin ich auch noch am überlegen, wie ich das links und rechts mit den Wegen mache. Ob ich das vielleicht auch noch wegnehme, damit ich einfach mehr Anbaufläche habe. Muss aber jetzt nicht gleich unbedingt so sein. Schaue ich einfach mal. Hier wächst ja noch alles. Hier hinten werde ich mich auch ums Umgraben bzw. Verkompostieren der Quieke kümmern. Es gibt da ja noch so ein paar Sachen, die ich wieder erfahren habe aus anderen Videos. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich bin auch am rumüberlegen wegen der Pappe. Ich habe mir auch schon was hergeholt. Ja, und hier war ja rote Beete bzw. ist. Die rote Beete wird auch noch geerntet. Da ist ordentlich was dran. Ihr könnt das sehen hier. Da ist noch was dran. Und hier verstecken sich die ein oder andere rote Beete hier auch noch. Ich weiß nicht, was da unten drin ist. Der Mollwurf hat das überwuchert. Das ist auch nicht wirklich was. Da ist noch eine größere. Ja, und so weiter. Die werde ich alle noch retten und dann werde ich das Stück hier auch umgraben. Ja, Kihol wird hier an der Seite noch fertiggestellt mit Stein. Das ist so mein Plan. Sprich, den Bereich umgraben. Dort ein bisschen ergänzen, auch umgraben. Auf jeden Fall mehr Leben noch reinbringen nach dem Prinzipien. Leben bringt Leben. Humorschicht aufbauen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und da kommend, hier ist ja dieser kleine Sichtschutz. Da ist Weide drin. Da kommen auf jeden Fall dann auch Sonnenblumen rein. Der Boric, den lasse ich auch in Ruhe. Der ist ja hier ganz schön. Da ist voll Boric-Reste. Und ja, hier vorne ab wollte ich auch noch mal gucken, was ich da so noch pflanze. Ich habe ja Herzblatt-Gilie gekriegt von der lieben Steffi. Vielen Dank. Hat ja ein bisschen gedauert, bis sie zu mir gefunden haben. Eine habe ich da schon eingepflanzt. Und zwar hier hinten in der Foodsharing-Auslage habe ich ein bisschen was freigemacht. Es sieht aus wie Gras, aber da vorne ist Erde. Darunter hier die ganze Ecke, die habe ich freigemacht. Und dann habe ich das eigentlich nur gemulcht. Auch hier habe ich eigentlich einen Weg durchgezeichnet gehabt, ihn nicht wirklich genutzt. Auch Anbaufläche, die mir flöten geht. Deswegen hier die Ecke werde ich nutzen. Den Weg da vorne werde ich noch lassen, damit ich auch gut an das Mini-Gewächshaus rankomme. Was ich natürlich im ersten Jahr noch nicht genutzt habe. Mir gefällt das noch nicht so, wie das ist. Hat gutes Potenzial. Aber ihr könnt das schon sehen. Oh, das ist richtig glitschig gerade. Ah, ich kriege es gar nicht richtig auf. Also es ist noch voll mit Sachen. Die sollen natürlich raus. Beziehungsweise es wird hier alles entkrautet und auf jeden Fall noch besser gemacht. Wann, wie, wo, was. Das hat jetzt keine Priorität bei mir. Dann habe ich hier natürlich den schönen, noch nicht schönen, aber schöner werdenden Standkorb. Den werde ich natürlich noch möglichst so lagern, dass hier nicht so viel Feuchtigkeit von unten ran kommt. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Bisher war es ja noch nicht so schlimm, was Regen und so angeht. Klar, die letzte Zeit ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt noch nicht so hoch dramatisch. Also da kenne ich ganz andere Herbstzeiten. Da wird noch gelagert. Gut, somit könnt ihr sehen, hier der ganze Bereich ist abgebacken. Hier auch. Da haben wir auch drüber geredet. Gut, dann geht es hier weiter. Hier wird so eine kleine Insel entstehen. Ich habe da auf jeden Fall Lavendel. Ich habe da eine Lilie im Boden, die ich von Steffin gekriegt habe. Ist ja dies hier auch schon schön gewachsen. Richtig schöne Lilie. Hier habe ich Knoblauch. Oh ne, oder? Sehe ich jetzt das allererste Teil? Da. Ihr seid dabei. Knoblauch. Kann man das riechen? Ne, so klein noch nicht. Gut, der Knoblauch kommt. Ich bin begeistert. Total begeistert. Echt. Das ist schön. Da habe ich lange drauf gewartet. Das wäre dann jetzt auch der zweite, der kommt. Da kommt noch eine Zwiebel, wie ihr sehen könnt. Da. Oder habe ich da auch noch Knoblauch gehabt? Ne, das müsste eine Zwiebel sein. Ja, warten wir mal ab. Hier bei den Kockenzieher Haselnuss will ich natürlich auch frei machen. Ich bin überlegen, ob ich das vielleicht zusammenlege. Weil ich natürlich über diese kleinen Zwischenwege dazwischen wieder Raum hergebe. Ja, Raum, in dem ich eigentlich anbauen könnte. Und letztendlich nehme ich dann einen Teil, den ich fliegen muss, weg. Also, ich finde Quäkelfrei schlimmer als ein Beet. Und werde das dann... Na, der Zoch sprengt die Aufnahme. Ja. Und werde das dann alles irgendwie vielleicht ein bisschen umgestalten. So. Einfach um die Fläche mehr zu nutzen. Hier sehe ich noch was. Da komme ich gerade zu. Ich habe mir ja schon ganz viel Minze aus dem Garten geholt. Es gibt Minzsorten, die sind auf jeden Fall mehrjährig. Ist aber nicht bei jeder so. Aber überwiegend wohl. Und die soll sich auch wie Hulle verbreiten. Hier sehe ich das auch. Hehe. Hat sich bis hierhin gewachsen. Ist das alles Minze tatsächlich? Ich finde es toll. Ich bin begeistert. Das darf hier ruhig alles voll wachsen. Allerdings werden die einen anderen Platz kriegen. Also, ich möchte auch so ein bisschen japanischen Teegarten hier drin haben. Dann gibt es natürlich noch den Bereich. Die Steine verschwinden ja schon nach und nach. Auch für das Keyholebeet. Ich hoffe es reicht. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass es gerade so reichen könnte. Ansonsten wird improvisiert. Aber hier möchte ich natürlich auch noch weiter bauen. Was hierher kommt. Da lasst euch bitte überraschend von mir. Da möchte ich nichts vorweg nehmen. Und ja. Hier ist alles soweit fertig. Dann haben wir hier. Ja. Also das werde ich nochmal frei machen. Schön. Wahrscheinlich einen Teppich hinlegen. Damit das erstmal die Quirke zurück hält. Das wird sich alles entwickeln. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da steht übrigens noch Raummantel von meiner Schwester. Mareike, ich habe immer noch nicht ausgetopft. Kommt aber noch. Also ich glaube ja nicht, dass das jetzt irgendwie tot ist. Wenn ich mich da unter sehe. Da ist ein frisches grünes Blätter sogar. Also das kommt wie es soll. Das wird dann auch noch seinen Platz kriegen. Ja, egal. Hier wollte ich auch gerne noch weitermachen. Ob das jetzt über Winter geschieht. Keine Ahnung. Ich muss da so ein bisschen Prioritäten vorgehen. Hier soll ja auch noch ein bisschen was verändert werden von außen. Ja. Ansonsten. Hier vorne. Das wird frei wieder aufbereitet. Hier war ja eine Zucchini drin. Eine Bio-Zucchini. War soweit ein Bombenerfolg. Hat gut abgeworfen zum Ernten. Und das Stück hier. Das ist ein bisschen verwahrlost. Ich habe hier schon Stellen irgendwie. Ja, da gehört schon was irgendwie zum Johannisbeer. Aber die ist ja nicht wirklich gewachsen. Ich habe das auch nicht freigehalten und so. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding für nächstes Jahr nochmal lebt. Dann ist das das Ziel noch. Ja, irgendwann hier den Tank hinzuhaben. Der steht jetzt da hinten ja noch in der Ecke. Da ganz ganz hinten. Ihr kennt das ja, wenn ihr gerade aufgepasst habt. Ich war da ja schon. Und das Ding soll ja irgendwie hier in die Ecke. Wann, wie, wo, was. Keine Ahnung. Weil hier gibt es noch jede Menge zu tun. Soll auf jeden Fall hier noch der ganze Kram da vorne weg. Ach, schauen wir einfach mal. Regentonnen. Da will ich auch noch ein bisschen was basteln. Ach, kennt sich da einer aus? Jetzt mal eine Frage an euch. Könnt ihr mir richtig mithelfen? Hier, das ist ein Regentonnen. Da brauche ich einen Hahn für. Oder einen Anschluss, einen Blindstopfen, was weiß ich. Habt ihr da einen Tipp für mich? Am besten mit Link unter dieses Video. Das wäre super Bombe, dass ich da irgendwie sowas finden kann. Weil ich bin in den Baumärkten hier bei uns in Husum gewesen. Und es gibt nirgends sowas. Ich habe eigentlich nur für den IBC 1000 Liter Tank habe ich da einen Hahn gekriegt. Aber für die Dinger gibt es einfach nichts. Ich weiß natürlich auch überhaupt nicht, wie das heißt. Und es wird auch nicht ohne Hilfe gehen. Es hat bestimmt irgendein Zollmaß oder so. Wenn das einer von euch weiß, bitte unten in die Kommentare. Da bin ich ein bisschen verzweifelt am Suchen. Ihr würdet mir das sehr, sehr helfen. Das ist ja der Boden von der Hütte. Da könnt ihr dann mal sehen, was dann hinten in die Ecke soll. Unten steht ja im Bunker noch der Rest. Ja, hier ist das Holzlager. Ich bin nicht ganz so happy. Da ist jede Menge trocken drunter. Es bleibt auch trocken. Aber es gibt genug Holz, was jetzt ein bisschen vor sich her gammelt. Hier muss ich mich auf jeden Fall noch drum kümmern. Habe ich mir für den Dezember auf jeden Fall vorgenommen. Also das gehört für mich natürlich auch noch in die Beetvorbereitung. Bin am überlegen, ob ich die Leiter vielleicht drehe. Also Erde raus sowieso oder tauschen, wie auch immer. Minze retten da unten. Ja, weil ich dann einfach besser an die Pflanzen, die ich dann da drin habe, rankomme. So sieht es vielleicht schicker aus. So jetzt. Und so in die richtige Richtung. Aber das gefiel mir noch nicht. Also das gefiel mir natürlich schon. Aber für den Anbau gerade da hinten in die Ecke immer reinzukriechen. Hier von außen. Das war ein bisschen nervig bei der Gurke. Ja, und ich denke mal, wenn man das dreht, hat man dann noch eine bessere Chance irgendwie. Ja, da überall ranzukommen und auch Unkraut zu jäten. Wenn ich es dann mache. Hehe. Gut. Mein Magen knurrt. Mir ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Hatte ich nicht ganz so auf dem Zettel. Deswegen komme ich jetzt zum Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Vielleicht treibt euch das an, das ein oder andere Eckchen auch noch anzupacken. Wie ich bei den Brombeeren da hinten. Das ist eine super Zeit. Weil man halt nicht alles entgegensuchert und man einfach Ruhe hat, da so nach und nach beizugehen. Also ich finde die Zeit wunderbar. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage Tschüss, euer Lars. Bis zum nächsten Mal. Und weg. Zufrieden. Hihi. Tschüss. 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 Tschüss.